Wieso, rund 10 Minuten? Na gut, okay, es sind weniger als 10 Minuten, aber... ... ist ja egal. Man verliert auch schon ein bisschen das Zeitgefühl manchmal. Ich weiß nicht, ob sich das noch kurz oder lang ändern wird, wenn ich ein paar Let's Places machen sollte. Also ein paar wichtige Let's Places hier. So, ich nenn's mal Firlefanz hier, aber... Mal schauen. Oh, oh, oh! Und, und, und! Da könnte ich ja gleich noch einen reindrehen. Yes! Klasse! Tadaa! Oh, und gleich machen wir von selber! Klasse! Wuhu! Das bringt Laune in die Hude. Äh, äh, in die Hude. Verspechern wir ein bisschen jetzt vielleicht. Auch gut. Hey, schon wieder besiegt. Der hat aber nicht einmal durchgehalten. Der letzte hatte mindestens... Na gut, okay, ne knappe Minute durchgehalten. Aber der ist auch ein bisschen weit entfernt. Sind zwar nur Sekunden, aber man merkt schon den Unterschied. So, nach dem Frosch wird's etwas schwieriger. Hab ich den Fisch schon besiegt? Hey, der kommt als nächstes. Der Fisch, der ist immer so einer der Hürden. Ab diesen, ähm, Lava-Monster hier geht es los. Und danach kommt der Fisch und... ... der macht ihn eigentlich gerade leicht. Ich liebe dieses Geräusch, was der macht. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere, die ich gerne im Spiel nutze. Neben einem Schmetterling. A-Login... Oder Lucky Toe, wenn ein albo Hey ruft. Das ist nicht so gut. Und eine Kettlesreaktion. Und noch einer? ein hauschen so schnell sein und schade ich dachte ob er A ich auch A B C Ich bin mit einem A gebrüllen. Zum guten Tag! Ich mach mal den runter und dann krieg ich noch den letzten Rest noch weg. Ups, das war ein Fehler. So haben wir wohl nicht gerechnet. Ah, ich merke schon, da muss ich mir hier nicht leicht. Held durch! Ich bin ziemlich gut durch gegenüber den anderen, die ich zuvor hatte. Hm, ja, da kann ich denn was Feines auf den Lecker holen. Oh, das geht dann selber. Wow! Ne, nein. Puttenabbauch. Hochschieben! Was geht denn los? Ich brauche das hier rein. Und zack, ein Eiffel. Ah, ich bin zu langsam. Schade. Ah, schade. Schon wieder. Äh, das war eine Empfehlung. Oh, ist schon besiegt. Zwei Minuten hat er durchgehalten. Respekt, Junge! Elf Minuten sind's jetzt. Ich hab grad mal geschaut. Ja, und ab hier wird's das erste Mal richtig schwierig. Mal sehen, wie schwer es mir der Fisch dieses mal macht. Also, Bozo ist wirklich ne Knallerhaut, wenn wir's auf Very Hard. Uh. Oh. 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 Upps. Hm. Ja, das wird schon, das wird schon. Aber hier auch. Schmeicheln rein, schmeicheln rein, ja! Ah! Irgendwie tröde ich gerade ziemlich, kann das sein? Also, ich komme mir zumindest vor, als würde ich tröden. Dann bleiben wir da rein und wir haben schon wieder einen Fehler gemacht und uns die Ketten gedacht, die haben versaut. Ach, naja, was ist denn jetzt? Da wird schon früher, dass wir doch aufgeben, der Fisch. Wie auch immer sich der Fisch direkt nennen, die Piranha oder ohne, was wird schon sein. Ich sag einfach mal, es ist doch gut, weil ich ja doch was gemein bin. Schmeicheln. Ach, habe ich mich wieder versaut. Warte mal, könnte ich mir echt für den Lippen sein. Wut, ah, wuf! Äh! Hä? Hä? Wut, wups! Wut, wut, wut. Wut, 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 wut. 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 Wut, wut. Wut, wut. Wut, wut. Oh, ich geh mal. Ich hab eine Kettenreaktion gezogen, seit. So ist so langsam schnell. Ich merke erst, ich bin unter uns. Ich bin nämlich in der Mitte der Zeit. So gerade ich im Fall weg. Und dann wird alles so nur... Ich habe solche Spiele gerade nicht schlecht, wenn es auch immer zu schnell geht. Und wenn ich dann die Blut nimmt und die Kettenreaktion von Lothar Steine ver- Ja, okay. Mmm, heheheheh. ...double Flaschramp. ...double Flaschramp. ...double Flaschramp. So! Und da! Ja, und das wäre natürlich nicht gut. Hier ist eine Kettelwerk, so groß war es nicht rein. Sie macht nämlich auch mit. Achso, da ist ja natürlich noch ein Kumpel. Das finde ich jetzt super. Dann hat das jetzt noch ein bisschen Spaß gemacht. Da kann ich noch nicht auseinanderhalten, der ja eigentlich am Pumpen ist. Aber das ist in diesem Fall mein Gegner gewesen. So! Ich würde sagen, wir haben schon fast Halbzeit. Oder eigentlich haben wir schon Halbzeit. Jetzt kommt nämlich der letzte von meinen Freunden, die ich befreien kann.